Pac-Stick Press. Das heißt, ich nehme meinen Pac-Stick, so zusammengebogen ist, mehr Brustmuskulatur, runter zusammengedrückt, wieder mehr Terrence Major und probiere meinen Pac-Stick nach oben zu drücken. Superschwer, denn so weiter ich wegkomme von mir, umso weiter wandert der Gegenstand oder das Pac-Stick ja von meinem Körperschwerpunkt weg, umso schwerer fällt es mir, meine innere Muskelkette angespannt zu lassen, was wir genau mit dem Pac-Stick erreichen wollen. Das heißt, ich drücke das Pac-Stick zusammen, starte eng am Körper, Ellbögen bleiben eng. Von hier aus teste ich einfach, wie weit ich es wegdrücken kann von mir und dass die Ellbögen aufmachen und ziehe das Pac-Stick auch wieder ran zu mir. Wenn es sehr schwer fällt, kann das auch mein Pac-Stick Press in den ersten Wiederholungen sein oder in den ersten Wochen sein. Irgendwann, wenn es besser wird, schaffe ich es vielleicht, die Arme ein bisschen weiter auszustrecken. Ausprobieren!